Der Film beginnt mit einem einleitenden Text, in dem erwähnt wird, dass die US Navy im Jahr 1969 eine Schule für Kampfpiloten namens Fighter Weapons School offiziell gegründet hat, aber die Rekruten sie Top Gun nennen. Captain Pete, Maverick, Mitchell, dargestellt von Tom Cruise, fährt mit seinem Motorrad zu einer Basis, wo er für eine Scrumjet-Flugvorführung bereit ist. Jedoch erfährt er, dass Admiral Chester, Hammer, Kane, dargestellt von Ed Harris, auf dem Weg ist, das Programm zu schließen und die Gelder anderswohin umzuleiten. Mavericks Ankunft auf der Basis mit seinem Motorrad sorgt für Spannung und stellt ihn als erfahrenen und wagemutigen Piloten vor. Die Nachricht von Admiral Kanes bevorstehender Ankunft schafft sofortige Spannung und erhöht den Einsatz für Maverick und das Top Gun-Programm. Unbeeindruckt von Admiral Kanes Ankunft ergreift Maverick die Gelegenheit und startet das Flugzeug in den Himmel, genau als Kane die Basis erreicht. Während er beschleunigt, bringt Maverick das Flugzeug über seine ursprüngliche Mach-9-Projektion hinaus, trotz den Erwartungen und begeistert die Crew am Boden. Mit Adrenalin, das durch seine Adern fließt, treibt Mavericks Entschlossenheit das Flugzeug auf Mach 10, eine Leistung, die alle wildesten Vorstellungen übertrifft. Trotz des Trümmerfells rettet Mavericks schnelles Denken und seine Reflexe ihn vor der drohenden Katastrophe. Er schafft es, das Auswurfsystem gerade noch rechtzeitig zu aktivieren und sich sicher aus dem verlorenen Flugzeug herauszukatapultieren, bevor es in die Tiefe stürzt. Während die Trümmer hinter ihm qualmen, findet sich Maverick am Boden stehend wieder, umgeben von den Folgen seines rücksichtslosen, aber faszinierenden Fluges. Verständlicherweise unzufrieden über die Zerstörung, die Mavericks Rücksichtslosigkeit verursacht hat, stellt Admiral Kane ihn zur Rede. Doch anstatt ihn, wie viele es erwarten würden, zu suspendieren, offenbart Kane eine überraschende Wendung. Maverick erfährt, dass er zurück zur NAS North Island beordert wird und sein ehemaliger Rivale und Kollege Admiral Tom Iceman, Kasansky, dargestellt von Val Kilmer, seine Anwesenheit wünscht. Diese unerwartete Entwicklung fügt der Erzählung eine faszinierende Ebene hinzu. Mavericks vergangene Rivalität mit Iceman und ihre komplizierte Beziehung rücken wieder in den Fokus und versprechen eine Wiedervereinigung, die sowohl angespannt als auch emotional aufgeladen sein wird. Während Maverick diese überraschende Nachricht verarbeitet, fragt er sich, was ihn an der NAS North Island erwartet und wie diese Wiedervereinigung mit seinem ehemaligen Rivalen seine Zukunft als Kampfpilot gestalten wird. Mit einer Mischung aus Vorfreude und Besorgnis trifft Maverick an der Basis ein, um Vize-Admiral Cyclone Simpson, dargestellt von John Hamm, und einen weiteren angesehenen Kollegen zu treffen. Als er den Raum betritt, spürt er den Skeptizismus in ihren Augen, der auf ihre Zweifel an seinen Fähigkeiten hinweist. Trotz seines Rufs und seiner Fähigkeiten wird deutlich, dass sie nicht denselben Glauben an Maverick teilen wie Iceman. Die Spannung liegt förmlich in der Luft, als Maverick Platz nimmt und auf die Details seiner neuen Aufgabe bewartet. Vize-Admiral Simpson, bekannt für seinen pragmatischen Ansatz, beginnt damit, Maverick über die kritische Mission zu informieren, die bevorsteht. Es wird enthüllt, dass eine Rogue-Nation eine geheime Urananlage eingerichtet hat, die eine erhebliche Bedrohung für die globale Sicherheit darstellt. Die Dringlichkeit der Situation lastet schwer auf Mavericks Schultern, während er die Tragweite der ihm anvertrauten Aufgabe erfasst. Mavericks Mission ist zweifach, er muss nicht nur den Feind konfrontieren und die Bedrohung neutralisieren, sondern er hat auch die Aufgabe, eine Gruppe unerfahrener Rekruten auszubilden, die sich ihm bei diesem gefährlichen Unterfangen anschließen sollen. Der Raum wird still, als die Verantwortung auf Mavericks Schultern lastet. Das Ion hängt von seiner Fähigkeit ab, diese unerfahrenen Kadetten zu einer formidablen Kampfeinheit zu formen. Während sich die Details entfalten, erkennt Maverick die Komplexität der bevorstehenden Aufgabe. Die Urananlage ist geschickt versteckt und tief in dem unbarmherzigen Gelände verborgen. Maverick muss sein Team anführen, um einen Weg zur Infiltration der Basis zu finden, dabei gefährliches Tearing meistern und ausgeklügelte Verteidigungsmechanismen überwinden, um ihr Ziel der Zerstörung zu erreichen. Obwohl Mavericks Ruf als furchtloser Pilot ihm vorausgeht, verlangt diese Aufgabe mehr als nur fliegerisches Können. Er muss ein Mentor werden und den Rekruten Disziplin, Tapferkeit und strategisches Denken vermitteln. Mavericks Erfahrung und Expertise werden auf die Probe gestellt, während er sein Wissen weitergibt, die Rekruten an ihre Grenzen bringt und sie auf die anstrengende Reise vorbereitet, die vor ihnen liegt. Mavericks Entschlossenheit erwacht erneut und wird von dem Wunsch angetrieben, sich nicht nur seinen skeptischen Vorgesetzten, sondern auch sich selbst zu beweisen. Während er die Details der Mission aufnimmt, ergreift ein neu gefundener Sinn für Zweckmäßigkeit Besitz von ihm und Maverick schwört, alles zu geben, um den Erfolg dieser entscheidenden Operation zu gewährleisten. Auf der Suche nach einer vorübergehenden Erleichterung von der Last seiner Mission entscheidet sich Maverick, eine vertraute Bar zu besuchen, ein Ort, der sowohl bittere als auch süße Erinnerungen birgt. Als er den Raum betritt, der von gedämpftem Licht erfüllt ist, hallen Gespräche und Gelächter wieder. Zu seiner Überraschung treffen sich Mavericks Augen mit denen eines vertrauten Gesichts auf der anderen Seite des Raumes. Es ist Penny, dargestellt von Jennifer Corneli, seine ehemalige Flamme und die Tochter des Admirals, mit dem er in der Vergangenheit aneinander geraten war. Die unausgesprochene Spannung zwischen ihnen ist spürbar, aber Mavericks Herz ist von Nostalgie und Reue erfüllt. Trotz der Geschichte zwischen ihnen hegt Penny keinen Gräuel gegen Maverick. Dennoch kann sie nicht widerstehen und nutzt die Gelegenheit, um sich mit einem spielerischen Racheakt für den Schmerz, den er ihr zugefügt hat, zu revanchieren. Penny stellt Maverick geschickt in den Mittelpunkt, indem sie ihn die Rechnung für eine Runde Getränke für alle in der Bar bezahlen lässt. Während die Erinnerungen gefangen und erinnert sich an die Vergangenheit und die Entscheidungen, die ihn an diesen Punkt in seinem Leben gebracht haben. Inmitten der Menschenmenge zieht Mavericks Aufmerksamkeit eine Gruppe frischgesichtiger Piloten auf sich, die neue Klasse von Rekruten. Unter ihnen befindet sich Jake, Hangman, dargestellt von Glenn Powell, ein selbstsicherer und ehrgeiziger Überflieger, der vor Selbstbewusstsein strotzt und sich als natürlichen Anführer der Gruppe sieht. Maverick beobachtet Hangmans Stolz und erkennt in ihm eine Reflexion seines Jüngeren selbst, einen maverickartigen Geist mit einem Hunger nach Erfolg. Während Mavericks Blick über den Raum schweift, treffen seine Augen auf einen anderen Piloten, Bradley, Rooster, dargestellt von Miles Teller. Ein Stich der Nostalgie durchströmmt ihn, als er die Ähnlichkeit zwischen Rooster und seinem verstorbenen besten Freund, Goose, erkennt. Das Gewicht der Geschichte und unausgesprochene Verbindungen lasten schwer auf Mavericks Schultern, während er das Erbe von Freundschaft und Kameradschaft beobachtet, das von der nächsten Generation weitergetragen wird. Nachdem Mavericks Karte abgelehnt wird, lässt Penny Hangman und andere Mavericks spielerisch aus der Bar werfen. Draußen beobachtet Maverick, wie Rooster Klavier spielt, und erinnert sich an Goose. Maverick trägt immer noch Schuldgefühle wegen Gooses Tod. Später trifft Maverick sich mit den Piloten, um sich vorzustellen und die Mission zu besprechen. Da sich die Anlage tief am Grund einer Schlucht befindet, plant Maverick, den Eingang zu zerstören, bevor er die Basis selbst angreift. Inmitten der anspruchsvollen Trainingsübungen an der Fighter Weapon School findet sich Maverick in einer Hundekampfübung wieder, die darauf abzielt, den Mut der jüngeren Besatzung zu testen. Mit einem Funkeln in den Augen nutzt Maverick seine erfahrene Fähigkeiten und Expertise, um die weniger erfahrenen Piloten spielerisch zu provozieren und zu übertrumpfen. Diejenigen, die bei ihren Übungen versagen, werden der jahrhundertealten Strafe von Liegestützen unterzogen, einer Tradition, die Disziplin und Kameradschaft in der Einheit fördert. Während des Hitze des Trainings macht Hangman, angetrieben von einem unstillbaren Durst nach Sieg, eine Entdeckung. Er entdeckt die tiefe Verbindung zwischen Rooster und Maverick und enthüllt die rätselhafte Bindung, die sie verbindet. Die Spannungen steigen, als Hangman, befeuert von seinem Wettbewerbsgeist, Roosters Loyalität und Motivation in Frage stellt. Die Erkenntnis ihrer verwobenen Schicksale fügt der bereits intensiven Trainingsumgebung eine weitere Ebene der Komplexität hinzu. Auf der Suche nach Trost und einem kurzzeitigen Rückzug von den zunehmenden Belastungen findet sich Maverick wieder in der Bar, in der er Penny begegnet war. Getrieben von Dankbarkeit und dem Wunsch, wieder Gutmachung zu leisten, ist Maverick fest entschlossen, seine Schuld zu begleichen und die Kluft, die sie so lange getrennt hat, zu überbrücken. Im Verlauf des Nachmittags ziehen sie sich auf Pennys Boot zurück, wo das sanfte Schaukeln des Ozeans den beruhigenden Soundtrack für ihre wiederentdeckte Verbindung bildet. Gespräche fließen mühelos, Gelächter erfüllt die Luft und der Funke, der einst zwischen ihnen brannte, entzündet sich erneut und umhüllt sie mit einem Gefühl gemeinsamer Nostalgie und neuer Hoffnung. Gestärkt durch seinen erneuerten Sinn für Zweck und den Wunsch, seine hart erworbenen Weisheiten weiterzugeben, kehrt Maverick mit frischem Elan zu den nächsten Übungen zurück. Als sich die Piloten versammeln, übernimmt er die Rolle des Mentors und führt sie durch die Feinheiten des Fliegens, wobei er auf die potenziellen Gefahren hinweist, die mit zu großer Höhe einhergehen. Basierend auf seinen eigenen Erfahrungen und den Missionsparametern betont Maverick die Bedeutung des Verständnisses von Höhenunterschieden und der entscheidenden Rolle, die sie für den Erfolg spielen. Unter den Piloten nimmt Rooster Mavericks Worte mit einem neu gefundenen Maß an Vorsicht auf. Die Warnungen vor den Gefahren des Grenzauslotens hallen tief in ihm wieder, da er sich der Verantwortung bewusst ist, die er als Erbe seines verstorbenen Mentors Goose trägt. Von den Echos vergangener Tragödien verfolgt, beginnt Rooster eine bedachtere und berechnendere Herangehensweise an das Fliegen zu entwickeln, indem er das Streben nach Exzellenz mit Respekt für die inhärenten Risiken ausbalanciert. Jedoch wird die fragile Harmonie gestört, als Hangman, der immer noch eine Mischung aus Neid und Bewunderung für Maverick hegt, Rooster provoziert, indem er das Thema Goose und die langanhaltende Freundschaft zwischen Maverick und dessen verstorbenem Vater anspricht. Emotionen brodeln an die Oberfläche und Roosters Drang, die Erinnerung an seinen geliebten Mentor zu schützen, treibt ihn beinahe in eine körperliche Auseinandersetzung mit Hangman. Die Spannungen eskalieren und drohen, die Bindungen, die sich unter den Piloten gebildet haben, zu zerbrechen, doch ihre Kameraden schreiten ein, um die explosive Situation zu entschärfen, bevor sie außer Kontrolle gerät. Iceman bittet Maverick, ihn zu besuchen. Er leidet an Kehlkopfkrebs und kann sich hauptsächlich über einen Computer verständigen, da ihm das Sprechen sehr schwerfällt. Als Maverick dort ankommt, begrüßt er Icemans Frau, die ihn zum Raum führt, in dem sich Iceman befindet. Maverick äußert seine Besorgnis darüber, mit Rooster zusammenzuarbeiten, aus Angst, dass ihm etwas passieren könnte, ähnlich wie bei Goose. Icemans Augen, erfüllt von Mitgefühl und Verständnis, fixieren sich auf Maverick. Obwohl seine Stimme kaum hörbar war, fand er die Kraft zu antworten. Langsam und mit großer Anstrengung gelang es ihm zu sprechen. Du musst eng mit Rooster zusammenarbeiten, flüsterte Ice, seine Augen vermittelten eine unerschütterliche Entschlossenheit. Ich verstehe deine Ängste, Maverick. Aber die jungen Piloten brauchen dich mehr, als du ahnst. In der nächsten Szene betritt Cyclone die Startbahn und findet dort niemanden vor, nur um festzustellen, dass Maverick die Piloten zum Strand für eine Volleyball-Teambildungsübung gebracht hat, was offensichtlich funktioniert, da sie alle Spaß haben. Maverick geht später mit Penny aus und enthüllt, dass er Roosters Bewerbung auf Bitten seiner verstorbenen Mutter zurückgezogen hat, um sich um ihn zu kümmern. Die Piloten absolvieren eine Trainingsübung, bei der sie ein Ziel zu einer bestimmten Höhe und Zeit erreichen müssen. Doch keiner schafft es, die Aufgabe wie erforderlich zu erfüllen. Maverick kritisiert Rooster für seine Vorgehensweise bei der Übung, was zu einem Streit darüber führt, dass Maverick Roosters Karriere behindert. Ihr Streit wird unterbrochen von der Nachricht von Icmans Tod. Es wird eine Beerdigung abgehalten, an der Maverick, Penny und die anderen Piloten teilnehmen. Cyclone übernimmt die Lehrverantwortung von Maverick, der einen alternativen Plan vorschlägt. Einige Piloten stellen Maverick in Frage, doch er ergreift die Initiative und fliegt mit seinem Jet, um die Übung zu absolvieren, und beeindruckt dabei alle Piloten, einschließlich Hangman. Cyclone ruft Maverick dann in sein Büro und gibt ihm die Verantwortung für die Mission. Die Mission wird durchgeführt, wobei Maverick Rooster als seinen Flügelmann wählt, unterstützt von Hangman, Phoenix und anderen. Sie fliegen zum Ziel, während ihr nahegelegener Flugzeugträger Raketen auf die Landebahn des Stützpunkts abfeuert, um sie zu zerstören und feindliche Jets in die Luft zu zwingen. Sie starten erfolgreich eine Rakete und zerstören die Einrichtung, aber weitere feindliche Piloten verfolgen sie. Mavericks Jet wird getroffen und er stürzt ab, aber Rooster kehrt um, um ihn zu retten. Während Maverick zu Fuß unterwegs ist, wird er von einem Hubschrauber beschossen, aber Rooster schießt ihn kurz vor dem Aussteigen ab und rettet ihn so. Maverick und Rooster vereinen sich wieder und schmieden einen Plan zur Flucht, indem sie die Kontrolle über einen F-14 Jet übernehmen. Sie liefern sich einen Luftkampf mit feindlichen Jets, schießen zwei von ihnen ab, haben aber keine Munition mehr. In einem entscheidenden und spannungsgeladenen Moment erweist sich Hangman als ihre Rettung. Mit Präzision und Geschicklichkeit taucht Hangman auf und entfesselt ein Feuerwerk, das den letzten verbleibenden feindlichen Jet, der ihre Flucht bedrohte, vernichtet. Die Explosion erhält den Himmel und markiert einen entscheidenden Sieg für ihr Team. Erleichtert und dankbar machen sich Maverick und Rooster auf den Weg zurück in die herzliche Umarmung des Flugzeugträgers. Die Besatzung an Bord bricht in donnernden Applaus und Jubel aus und würdigt die Tapferkeit und Geschicklichkeit des triumphierenden Duos. Maverick und Rooster tauschen triumphierende Blicke aus und wissen, dass ihre waghalsige Mission nicht nur erfüllt wurde, sondern ihnen auch den Respekt und die Bewunderung ihrer Kameraden eingebracht hat. Als das Adrenalin abflaut, teilen Rooster und Hangman einen transformativen Moment des Verstehens. In einer ergreifenden Reflexion richtet Rooster seinen Blick auf Maverick und seine Augen sind erfüllt von einer Mischung aus Ehrfurcht und Verehrung. Er erkennt in Maverick dieselben Eigenschaften, die sein Vater Goose einst bewunderte, und das beflügelt seine Ambitionen, der beste Pilot zu sein, der er sein kann. In der abschließenden Szene hilft Rooster Maverick beim Arbeiten an einer P-51 Mustang. Penny taucht auf, und Maverick nimmt sie mit auf einen Flug in seinem Flugzeug. Rooster platziert ein Foto von sich und Maverick neben einem älteren Foto von Maverick und Goose. Die Gegenüberstellung spricht Bände und erfasst die Essenz ihrer anhaltenden Freundschaft. Es ist eine symbolische Geste, die das Erbe würdigt, das sie weit ertragen, und die Bindung, die sie geschaffen haben. Und das ist das Ende, ein fesselnder Abschluss, der uns mit einem Gefühl des Triumphs, der Freundschaft und des anhaltenden Erbes zurücklässt.